Und Willkommen zurück! So guckst du auf Delicious. Wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Natürlich mitten im Spielgeschehen. Am Tag 3 haben wir schon 1.400 Dollar gekriegt, bzw. 1.436 Dollar. Kunden waren, naja, 30% zufrieden. Gucken wir mal, wo haben wir denn aufgehört? E-Mails haben wir schon letztes Mal gecheckt, aber da die Aufnahme leider hops gegangen ist, bzw. nicht richtig funktioniert hat, musste ich leider noch von vorne anfangen. Deswegen sind die Mails hier leider schon alle raus, aber da war jetzt nichts Neues drin. Wir haben ein bisschen Geld gewonnen tatsächlich, 250 Dollar in der Lotterie, wo ich keine Ahnung hatte, dass wir da mitgespielt haben. Ansonsten kurz ein paar Infos zu allem Möglichen, was aber jetzt nicht so interessant war. Das können wir dann ruhig ausblenden. Wir gucken mal unser Menü durch, weil wir müssen ja gucken, was hier drin ist. Was haben wir hier? Jetzt haben wir hier, genau. Ich hatte hier die Pommes drin gehabt und habe das dann gegen den Getränk ausgetauscht, damit wir was anderes haben. Ich weiß nicht genau, wozu der Hamburger da drin ist, ob da ein Hamburger zu soll, damit das Menü besser wird oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Gucken wir mal. Ähm, dann hoppen wir mal rein. Und ich hoffe, dass die Steuerung dann diesmal funktioniert, weil beim letzten Mal hat hier gar nichts funktioniert. Und dass ich das auch mal hinkriege hier, ungestört. Werden wir sehen. Los geht's. Kunde Nummer eins. Neun Uhr morgens, ey. Was willst du haben? Einen Salat. Was willst du nur haben? Äh, Ranch, Cheese, Onions and Pepper. Bam. War nicht so toll, aber ist okay. Kriegen wir hin hier. Nächster bitte. Was darf sein? Ein Eis. Ab frühen Morgen, okay. Vanille und Schoko. Vanille und Schoko. Gibt's sofort. Bam. Guck mal. Zehn Uhr. Wir haben gerade mal zwei Kunden geschafft, ey. Ja, das war noch frühen Morgen. Du willst Fritten haben. Jetzt zack. Ne, Fritten nicht. Du willst, äh... Ich hoffe mal. Okay. Zack. Ähm. Jetzt wird das Wetter. Das Wetter ist ja nicht so toll heute. Was willst du haben? Vanille, Schoko, Sherry und Sprinkles. Du hast volle Programm. Bitteschön. Die Toilette müssen wir putzen. Bam. Sauber gemacht. Und einmal Hähnchen. Kommt sofort. Das ist doch ziemlich einfach, das Gericht. Kriegen wir hin. Ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht auch mit den Tasten irgendwann mal hinkriege. Warte mal umgehen, meint das alles mit der Maus. Aber da fühle ich mich überhaupt nicht am sichersten. Du möchtest haben eine große Cola mit Eis. Äh... Wir möchten eine große Cola mit Eis. Und... Ich habe keine Ahnung, ob das richtig. Ich habe das Ding gekriegt. Gut. Wir haben die nächste Chicken. Kein Problem. Was? Fresh Hour? Nein! Komm schon! Oh nein. Toilette. Zack. Wir müssen... Wir müssen... Drei. Wir müssen... Zack. Oh je, oh je, oh je. Los, komm schon, komm schon. Vier! Vier! Verdammt. Äh... Ich habe jetzt keine Ahnung. Große Cola. Große Cola mit Eis. Bäm. Das ist nicht gut. Die wollen alle nur Getränke haben. Und ich bin schon total überfordert, weil... Große Grape. Äh... Wo ist Grape? Mit Eis. Mit Eis. Ja, ich bin nicht... Ich bin nicht so schnell. Tut mir leid. Du willst ein Medium Water haben? Mit Eis. Natürlich alle mit Eis. Hier, komm. Zack. Tja, den Salat habe ich auch wieder nicht geschafft. Große Cola mit Eis. Große Cola mit Eis. Kommt sofort. Bäm. Äh, ich habe einen Salat. Äh, Brunch. Cheese. Ich habe keine Ahnung hier. Tut mir leid, Leute. Das ist... Die Leute sind mich begeistert. Die sind total schlecht dran. Und ich bin auch total fertig. Komm, du kriegst jetzt noch zwei Schokoladencooks. Mit Sprinkles. Bäm. Die Toilette müssen wir sauer machen. Und... Ich bin total überfordert. Das Spiel macht mich echt fertig hier. Eine Medium Cola. Mit Eis. Kommt sofort. Zack. Wenn man das so schnell hinkriegen würde, dann wäre das auch angenehm. Äh, was hättest du gerne? Schokolade. Nee, 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 nee. Waren das nicht genug? Waren das nicht zwei oder so? Äh, ich weiß es nicht. Egal. Schon zwei Uhr. Gleich ist schneller hier Russia. Ich seh das willkommen. Komm schon. Zwei Chicken hier. Das kriegen wir hin. Ähm. In der Maus bin ich zu langsam. Das ist echt. Ich muss glaube ich nochmal mit den Tasten probieren. Vielleicht geht das schneller. Mann, das Wetter ist aber auch Sauwetter draußen heute hier, ey. Dafür ist die Musik gut. Bam, bam, bam. Hier. Vanille. Drei Vanille. Okay. Eins, zwei, drei. Und bam. Ich muss echt mal, ich probiere das, probiere ich das nachher. Ich probiere das dann am nächsten Tag mal aus. Mal gucken. Wahrscheinlich werde ich mich total überfordern. One Scoop Vanille und Schoko, please. Kommt sofort. Einmal Toilette sauber machen. Kommt sofort. Dankeschön. Dann müssen wir den Müll rausbringen. Äh. Komm schon. Weg damit. Kommt mit. Du willst eine Medium Diät Cola haben. Mit Eis. Kommt sofort. Einmal Nuggets. Ist in der Arbeit. Warum mache ich eigentlich nicht mehr Nuggets? Aber das Problem ist, dass es nicht frisch ist. Na ja, gut. Dann sprechen wir auch wieder. Was willst du haben? Eine Medium Cola. Mit Eis. Kommt sofort. Wir sind bei 30 Prozent. Na ja. Toilette muss nochmal geflasht werden. Bäm. Ein Salat. Wolltest du zu haben? Du willst haben Mushrooms, Tomatoes. und Karotten. Das ist, äh. Jetzt müssen wir hier auch noch. Wipe, 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 wipe. Nächstes Tisch. Oh nein. Jetzt ist der Rush Hour. Warum muss ich jetzt sauber machen? Die Kunden sind gleich total genervt. Äh. 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 Was willst du haben? Medium Diät Cola. Medium Diät Cola. Mit Eis. Vier. Komm schon. Eine Large Cola. Mit Eis. Was? Scheiße. Scheiße. Wie kriegen wir's noch hin? Ich wollte nicht so viel dieses, irgendwie nicht so verfluchen. Das kommt nicht so gut. Äh. Äh. Los. Nuggets. Ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Vier. Äh. Rancher Cheese. Äh. Da war ich nicht schnell genug. Toilette. Ich bin hier total überfordert. Mann. Das Spiel macht mich fertig. Dabei ist es noch einfach, glaub ich. Also das ist nicht mal hier, äh, krasse, krasse Sache oder sowas. Äh. Large Cola. Kein Eis. Du möchtest einen Tee mit Eis. Äh? Tee? 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 Tee mit Eis, Small. Tee mit Eis. Okay. Jetzt hab ich so lange drauf geguckt, dass die Kunden alle enttäuscht gegangen sind. Und ich bin total schlecht. Ah. Rancher Cheese. Komm sofort. Da. Bitteschön. Komm. Wir machen das jetzt mal mit Tasten. Ich hoffe, wir kriegen das hier irgendwie hin. Vielleicht geht es ja besser. Bäm. Vielleicht könnte man das auch mit Controller spielen. Wäre natürlich eine Idee. Einmal. Kommt sofort. Das ist noch was Einfaches, das sind nur drei Tasten, das kriege ich schnell hin, die Erwaschen und so, das geht auch. Ich muss eigentlich mal gucken, dass ich das mit dem Käse hinkriege. Nochmal, kommt sofort. Toilette. Alles klar. Jetzt ist auch schon wieder fast Feierabend. Du willst noch einen Salat haben? Okay, gucken wir mal. Ranch ist R. Und jetzt ein Pepper ist O. Und das war's. Haben wir wieder was geschafft. Sehr schön. Zehn Uhr abends. Naja, lief nicht so toll. Elf liefen ganz schlecht. 35 perfekt, drei waren so, naja. Negativ 5,5 Prozent. Könnte besser sein. Müssen wir nochmal dran arbeiten. Tipps habe ich leider keine gekriegt. Naja, gucken wir mal. Wir haben fünfmal Müll rausgeschmissen, sechs Teller gewaschen, neunmal die Toilette geputzt. Hier, meine Güte, noch eins beziehungsweise sauber gemacht. Ah, ist ja schon was hier. Continue. Man, 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 das macht mich nicht fertig. Aber was, fertig kriege ich was Neues hier. Safety Test, nein. 100 Dollar Tipp, ja, wäre schön, wenn ich sowas kriegen würde. Äh, braucht einen Jar. Haben wir einen Jar? Weiß ich gar nicht. Müssen wir mal nachgucken. Aber wahrscheinlich kriege ich bei dem, so wie ich die Kunden behandeln, warum wir keinen Tipp. Wir sind bei zwei Prozent nur noch. Ach du, meine Güte. Äh, 12-Fach-Perfect-Kombo. Und das an drei verschiedenen Tagen. Oh, Mann. 20 Servings muss ich schaffen. Soda-Upgrade. Sehr gut. Was haben wir noch? Neues Item. Was gibt's hier tolles? Äh, Table Snack. Sehr gut. Custom Patients. Äh, ja, das wird schwierig. Ich muss das, ich muss es halt hinderkriegen. Das wird echt nicht einfach. Menü, Rotter Securing. Was? Was ist hier los? Ach so, ich muss mein Menü ändern, weil, ja, okay. Kalender. Schön. Tja, dann muss ich doch mal was Neues kaufen, wa? Was könnten wir denn an Food kaufen? Was haben wir denn hier? Äh, Superpilas. Superpilas. Superpilas ist mexikanisches Essen. Sollen wir das mal ausprobieren? Kostet 500. Ach komm, wir kaufen das. Ja. Äh. Was brauchen wir denn noch? Irgendwas anderes vielleicht noch? Das andere ist alles noch so teuer, ne? Ich will eigentlich nicht so viel Geld ausgeben. Eine Pizza? Boah, das ist aber schon ein bisschen hardcore. Ein Hamburger wäre natürlich nicht schlecht, aber den können wir uns leider nicht leisten. Nogetwas Kleines. Ein Chicken. Eine Chickenbrust. Eine Brezel wäre vielleicht noch machbar. Komm, eine Brezel nehmen wir noch mit, dann haben wir noch ein bisschen was anderes. Das muss reichen. Mehr können wir uns gerade nicht leisten. Equipment können wir nochmal kurz reingucken. Das haben wir gekauft. Ein Table Snack. Äh. Table Snack. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Kostet 100 Dollar. Machen wir. Ja. Wenn wir die Kunden länger da bleiben, dann haben wir ein bisschen Hilfe. Das wäre nicht schlecht. Was haben wir denn hier noch? Das ist alles nicht available. Gut. Dann wollen wir da gar nicht weiter gucken. Neuer Tag, neues Glück. Hoffentlich. Gucken wir mal. Hoffentlich kriegen wir das hin. Ich probiere es nochmal mit den Tasten. Mal sehen. Schon nicht fertig, solange... Du willst, äh, eine Large... Äh, Diet haben. Mit Eis. Eis ist I. Und bam. Und enter. Jetzt müssen wir schon Müll machen. Wir... Oh, Mann. Äh, du möchtest ein Medium Water haben? Mit Eis. Kommt sofort. Und bam. Ja, doch. Könnte man vielleicht mit der Tastatur was hinkriegen. Gucken wir mal. Du möchtest, äh, dreimal Vanilla haben. Eins, zwei, drei. Mit Scoops. Mit Scoops? Nein. Einfach so. Fertig. Okay. Toilette. Mann, das ist echt egelig. Zwischendrin, ey. Komm schon. Naja, wobei, wir sind auch früher am Morgen. Jetzt komm, du willst Chicken Nuggets haben. Kommt sofort. Sind wir fertig? Wir sind fertig. Bitteschön. Dreifach kommen, wo das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Das muss jetzt besser werden unbedingt. Das ist bald Rush Hour. Ich fürchte mich. Ich hab Angst. Du möchtest haben, äh, Medium Grape. Mit Eis. Kommt sofort. Jetzt kommt die Rush Hour. Jetzt hab ich Angst. Kommt, 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 kommt. Ein Salat. Du möchtest Ranch. Du möchtest Greens und Dingens haben. Und raus. Du möchtest haben ein Small Tea. Mit Eis. Du möchtest haben Ranch, Cheese, Bacon und Onions. Du möchtest haben eine große Cola. Äh, mit Eis. Ich hab das grad völlig falsch gemacht, aber das ist grad völlig egal. Äh, nur Greens. Okay. Okay. Dann nochmal Small Diet Cola. Mit Eis. Und dann erstmal die Dinger hier machen. Kommt schon. Kommt schon, kommt schon. Hi. Zwei. Du möchtest eine Grape haben in Larch. Mit Eis. Eis. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich muss da echt noch ein bisschen, das muss mehr in Routine übergehen, aber ich denk mal, wenn man das ein paar Mal gemacht hat im Laden, ist das schon okay. Du möchtest auch noch Nuggets haben, beziehungsweise, nee, Nuggets darf ja gar nicht, wir sind ja Coil, ne? P und Enter. Small Cola, kein Eis. Das kriegen wir noch hin. Und weg, und weg, und weg, und weg, und weg, und rechts und links und weg, rechts und links und sauer machen. Mann, im Augenblick ist die Tensens nicht schön. Einmal fried chicken, kommst du fort. Fällt gerade ein, ich hab kein Dingens gemacht, ne? Ich hab mein Menü nicht geändert, das war jetzt nicht so toll. Bin nicht so schnell wieder reingehüpft, dass ich vergesse, mein Menü zu ändern, das war ja, hm. Nicht so gut, komm, du willst zwei Marilla haben, Marilla ist V mit Sherry. Ich weiß zwar nicht, warum Sherry H ist, ich hätte sie gerne auf C gehabt, aber naja. Wir haben schönes Wetter draus, das ist doch schon mal was. Du möchtest Ranch, Cheese und alles. W-O-M-G, bitteschön. Und halt aber schon rechts, links, rechts, links. 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 Mann, das ist ja echt... Äh, Toilette. Und du möchtest bestimmt noch ein Eis. Das ist dreimal Schoko, Schoko ist C. Bitteschön. Einmal ein Hähnchenkollen, kommt fort. Bitteschön. Zwei Prozent, Mann, wir sind echt schlecht. Ich hätte gerne eine richtig gute Kombo, aber ich glaube eine 20er Kombo kriege ich einmal nicht hin. Jetzt kommt gleich wieder Rush Hour, ne? Ranch, Cheese, Bacon, Onions. Irgendwann werde ich es bestimmt im Schlaf auch noch so die ganze Zeit sagen, yay. Jetzt kommt nicht wieder Rush Hour, ich hab Angst. Du möchtest ein Scoop Vanille und ein Scoop Schoko, bitteschön. Salz, Salat, Cheese, Greens. Was ist das hier? Äh, 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 vier. Komm schon. Eins. Du möchtest eine Large Diet Coke? Mit eins. Drei. Oh je, oh je, oh je, oh je. Trinken geht viel zu schnell vorbei. Vier. Warte, ich werde hier gleich, äh, Small Cola, kein Eis. Bitteschön. Small Tee. Und Eis. Fried Chicken, Tee Bean. Das Getränk kriegen wir nicht mehr fertig, ne? Drei. Zu spät. Was willst du haben? Large Water. Mit Eis. Toilette soll man machen. Oh je, oh je, oh je, oh je. Komm schon, den Salat will ich noch haben. Ranch, Cheese, Bacon und Onions. Getränk. Medium Water. Mit Eis. Vier. Verdammt. Äh, eins Scoop Vanille und eins Scoop Schoko. Bitteschön. Wir machen gerade Müll. Guck mal, das macht mich fertig. Komm schon, wir müssen hier noch ein bisschen was schaffen. Zack, zack. Weg. Toilette spülen. Kriegen wir hin. Ein Eis. Zwei Moundelle. Mit Sherry. Bitteschön. Sieben Prozent Bass. Das ist jetzt ein Zwölfer-Kombo haben wir. Das ist jetzt nicht so das Game of Me. Du möchtest gern was trinken. Eine Large Grave. Mit Eis. Bitteschön. Ich glaube, ich muss den ganzen Tag spielen. Würde ich, glaube ich, nachher richtig gut sein. Ne, aber so. Ei, 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 ei. Komm, der 13er-Kombo. Wir brauchen sieben Kunden noch. Komm. Double Scrunch, Cheese. Bitteschön. Flaschen. Wir brauchen noch sechs. Schleimt nicht mehr. Jetzt ist Feierabend. Naja, gut. Okay. Alles klar. Wir werden besser. Wir kriegen das hin. Ah. War jetzt nicht so toll. Zwei negativ. Bass geht eigentlich. Ich hätte eine Maus gefunden. Ne, im Essen. Naja. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal unser Menü ändern. Das machen wir jetzt als erstes, bevor ich das gleich wieder vergesse. Weil die Leute möchten jetzt gerne... Ähm, das hier haben. Das waren die... Weiß ich gar nicht mehr. Ach so. Das bedeutet, dass sie das nicht mehr mögen, glaube ich. Im Augenblick haben sie keinen Hunger mehr drauf, ne? Das könnte sein. Pommes hätten sie jetzt wieder Bock drauf. Getränk geht ganz gut. Da kann ich noch ein bisschen üben. Das Eis ist ganz okay. Salat finde ich ja ganz gut. Aber ich glaube, ich nehme Salat mal raus. Oder nicht? Wobei... Naja, das ist eigentlich noch guter Beliebtheit. Wir lassen es mal drin. Ist egal. Komm, wir versuchen nicht zu viel zu machen. French Fries. Sehr gut. Oh boy, what a meal. Was gibt's denn hier? You received a 10% buzz today. Cool. Iron Cook. Casting Chefs. Ne, das ist mir gerade egal. Äh... Ja, das weiß ich. Inspection... Nö, was? Ich habe keine Ahnung. Aber es wird schon hin. Neuer Tag, neues Glück. Jetzt kommt die Safety Inspection. Das ist gerade total ungelegen. Weil ich habe keinen Plan. Hajime! Äh... Ein Large Tea. Tea. Mit Eis. Bitteschön. Kunde ist zufrieden. Sehr gut. Einmal, äh... Sofias oder wie die Dinger heißen. Mit Sugar? Mit Sugar. Das müssen irgendwelche Teigtaschen sein oder sowas. Kann das sein? Weiß ich gar nicht. Muss ich mal ausprobieren. Hm. Hätte ich jetzt total Hunger drauf. Eine große Cola mit Eis. Ich muss das eigentlich schnell einkriegen. Aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich, wenn man länger arbeitet, im Laufe der Zeit, kriegt man das bestimmt einfach drauf. Toiletteflaschen. Bam. Du möchtest Ranch, Cheese, Bacon und Onions. Bitteschön. Jetzt müssen wir... Oh, Mann. Teller waschen. Warum sind die Teller nicht gewaschen? Mann. Mann, die Kunden stapeln sich hier. Äh... Zwei. Du möchtest eine Large Diet Coke mit Eis. Bitteschön. Safety Inspection. Ich hab ein wenig Angst, muss ich sagen. Du möchtest mit Sugar? Kommt sofort. Oh nein, in der Rush Hour jetzt. Ernsthaft? Mit Sugar. Äh... Drei. Mit Sugar. P-Sugar. Enter. Zack. Vier. Salat. Äh... Rump, please. Kommt sofort. Du möchtest auch Superbias haben. Kein Sugar. Äh... Zwei. Du möchtest einfach Greens haben. Bitteschön. Ein Getränk. Eine kleine Cola mit Eis. Bitteschön. Ein Large Grape mit Eis. Bitteschön. Eine Cola ohne Eis. Ne Medium. Äh... Zwei. Ein Large Tea mit Eis. Drei. Äh... Nein! Ich hab Müll nicht gemacht. Zwei. Toll. Ein grünes Sauer jetzt. Mit Sugar. Sugar, please. Bitteschön. Ranch, cheese. Bacon und Onions. Toilette. Eine Large Grape mit Eis. Kommt sofort. Warum sieht das nicht so toll aus? Safety Inspection. Großartig. Mann, Mann, Mann. Komm schon, wir kriegen das hin. Du möchtest. Kein Sugar. Bitteschön. Hier läuft alles in Ordnung. Alles tippitoppi. Wir kriegen das hin. Komm, kein Sugar. Toilette. Das ist echt eklig, muss ich sagen, ey. Oh nein, diese Mucke heißt nichts Gutes. Kein Sugar. Scheiße. Hab ich jetzt nicht aufgepasst. Nein, die schöne Kombos. Weg. Ranch und Greens. Bitteschön. Ich finde es krass, dass da noch eine andere Mucke ist. Das Geil, das sieht echt cool aus. Du möchtest Super Bias. Jetzt habe ich das voll in Ordnung. Super Bias, Mann. Mit Sugar. Kommt sofort. Toilette Flaschen. Ob ich jemals irgendwann eine 20er-Kombo hinkriege? Cheese und Greens. Ich weiß es nicht. Aber gucken wir mal. Äh. Tja. Junge, Junge. Was willst du haben? Eine Vanille? Ein Schoko? Kommt sofort. Okay, du möchtest Ranch, Cheese und Bacon haben. Bitteschön. Oh nein, du kommst jetzt mit in der Rush Hour. Das ist katastrophal. Toilette Flaschen. Cheese und Onions. Bitteschön. Oh nein, nicht in der Rush Hour. Bitteschön. Du möchtest kein Zucker haben. Du möchtest Super Bias haben mit Zucker. Du möchtest einen Salat haben. Just with Greens. Bitteschön. Du möchtest Nuss und Papier haben. Äh. Mit Zucker. Kurz sofort. Ein Salat. Was willst du haben? Ranch, Cheese und Bacon und, und, und. Äh. Ich muss wipen. Mann. Komm schon. Die Kunden sind sauer. Ich hätte die Kunden erst abfertigen sollen. Weil ich glaube, die dreckigen Teller sind nicht ganz so schlimm, oder? Ich weiß es nicht. Kunden. Wenn die Kunden sauer sind, ist das eigentlich viel schlimmer, würde ich sagen. Im Laden. Aber andererseits, das muss ja auch ein bisschen Ordnung haben, ne? Ein Salat. Ranch, Cheese. Mit allem. Drei. Die wird ja mal so dreckig sauer machen, oder? Mit Zucker. Ja, bitteschön. Ich hätte die Toilette nicht aber gemacht. Das ist, äh, eklig, ne? Eine Small Grape. Mit Eis. Die Toilette sauer machen ist eigentlich nicht wichtig. Da muss ich mir irgendwann jemanden dafür einstellen. Das ist echt katastrophal. Ah. Mann, Mann, Mann. Komm schon, lass den Tag bitte vorbei sein. Vanille. Schoko. Sch-sch-sch-sch-schoko. Sherry. Und Sprinkles. Roulette sauer machen. Jetzt muss ich aber sauer gemacht werden, weil das ist sonst echt eklig. Komm schon. Das kriegen wir auch noch hin. Ohne Sugar. Bitteschön. Was, was für ein Spiel. Meine Güte. Der Tag ist immer noch nicht vorbei, ne? Cheese und Greens. Bitteschön. Ich hoffe nur, dass wir hier die Safety Inspection bestehen, weil, ähm, das ist nicht ganz so einfach. Du möchtest zweimal Schokolade mit Sprinkles. Bitteschön. Die Toilette. Richtig. Und diese Musik, ne? Zuckerpapiers. Mit Zucker. Bitteschön. Ciao. Mann, 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 Mann. Watt für ein Game. Das soll es erstmal wieder gewesen sein. War auch schon jetzt ziemlich lange. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.